Hoch aufgeschossen, aber muskulös für eine 14-Jährige, stand Kaya eines Nachmittags am Strand und warf den Möwen Brotstückchen zu. Sie konnte sie immer noch nicht zählen, konnte immer noch nicht lesen. Mars Sommerkleid saß jetzt gut um ihre Brüste und reichte ihr bis knapp unter die Knie. Sie fand, sie hatte gut aufgeholt und mehr als das. Sie ging zur Hütte zurück, nahm eine Angelrute und lief schnurstracks zu einem Dickicht am hinteren Ende ihrer Lagune. Gerade als sie die Leine auswarf, knackte ein Ast hinter ihr. Sie riss den Kopf herum, spähte hierhin und dorthin, ein Schritt im Unterholz. Kein Bär, dessen große Tatzen eher patschten, sondern ein deutliches Auftreten im Gestrüpp. Dann krächzten die Krähen. Krähen können Geheimnisse ebenso schlecht bewahren wie Schlamm. Sobald sie irgendetwas Seltsames im Wald sehen, müssen sie es allen erzählen. Wer auf sie hört, wird belohnt. Entweder vor Räubern gewarnt oder auf Essbares aufmerksam gemacht. Kaya wusste, irgendwas stimmte nicht. Sie holte die Leine ein und wickelte sie um die Angelrute, während sie sich schon leise mit den Schultern voran durchs Dickicht schob. Stehen blieb, lauschte. Eine dunkle Lichtung, einer ihrer Lieblingsplätze, breitete sich höhlenartig unter fünf Eichen aus, die so dicht belaubt waren, dass nur hier und da dämmeriges Sonnenlicht durch das Blätterdach drang und üppige Waldlilien und weiße Pfeilchen beschien. Kajas Augen suchten die Lichtung ab, entdeckten aber niemanden. Dann schlich eine Gestalt durch das Dickicht dahinter und ihr Blick schwenkte dorthin. Kajas Herz pochte schneller. Als sie durch die Zweige spähte, sah sie einen älteren Jungen, der schnell durch den Wald ging, dabei unablässig nach rechts und links schaute. In der Mitte der Lichtung stand ein halb verrotteter Baumstumpf, der so dicht mit Moos überwuchert war, dass es aussah, als würde sich ein alter Mann unter einem Umhang verbergen. Als Kaja schon fast daran vorbei war, blieb sie stehen. Eine dünne schwarze Feder, gut zwölf Zentimeter lang, steckte aufrecht darin. Die meisten hätten sie für nichts Besonderes gehalten, vielleicht für die Schwungfeder einer Krähe. Aber Kaja wusste, dass sie etwas ganz Außergewöhnliches war, nämlich die Augenbraue eines Kanada-Reihers. Die Feder, die sich anmutig von oberhalb des Auges bis hinter den eleganten Kopf wölbt. Eines der erlesensten Fundstücke der Küstenmarsch und dann hier auf ihrer Lichtung. Sie hatte noch nie eine gefunden, wusste aber sofort, was es war, weil sie schon ihr ganzes Leben lang Raya beobachtete. »Wieso steckt die denn so kerzengerade da drin?« flüsterte Kaja und blickte sich um. »Die muss der Junge dahin getan haben. Vielleicht beobachtet er mich jetzt.« Sie stand reglos da und wieder raste ihr Herz. Dann wich sie zurück, ließ die Feder, wo sie war, und rannte zur Hütte. Sie verriegelte die Fliegengittertür, was sie praktisch nie tat, weil sie ohnehin nur wenig Schutz bot. Doch sobald das erste Morgenlicht zwischen die Bäume kroch, spürte sie den starken Drang, zu der Feder zurückzukehren, um sie sich wenigstens noch einmal anzusehen. Bei Sonnenaufgang lief sie zur Lichtung. Sie sah sich vorsichtig um, ging dann zu dem Baum stumpf und zog die Feder heraus. Sie war glatt, fast seidig. Wieder zurück in der Hütte gab sie ihr einen Ehrenplatz in der Mitte ihrer Sammlung, von winzigen Kolibri-Federchen bis zu den großen Schwanzfedern von Adlern, die sich über die Wand schwangen. Sie fragte sich, warum ein Junge ihr eine Feder bringen sollte. und bis zur guten Millennium du auf der picked bin. M Twa M Twa – M Twa